Conan. Nein, nein. Wo Conan? Ma'am heiße ich. Nenn mich Ma'am. Nenn mich Mama. Oha, Goliath. Die Einheit der Goliath-Klasse. Es wird brutal. Okay. Jetzt gibt es Action, glaube ich. Mein Stuhl, alter. Noch lauter geht nicht. Nachkampf empfohlen, sagt er. Oha, I know. Ist das, ist R2? Ist das ausweichen, ne? Ja, ja. Das ist ausweichen. Okay. Gut. Oha. So, die Steuerung. Ich muss ein bisschen reinkommen. Natürlich. Wo schlägst du, hm? 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 So. Uff. Oh nein, was ist das? Und ich dachte, es ist fertig. Kann man blocken hier? Aha. Ja, jetzt hast du geschissen. Jetzt hast du aber geschissen. Oha. Jetzt. Gib ihm! Genug. Genug. Genug gegeben. So, wo ist der andere? Oha. Ah, wo schlägst du? Oh mein Gott, Adrenalin. Die Musik ist so gut. Ich will selber reingehen ins Spiel und campen. Darf man das? Oha. Stirb! Shift! So. Es kann nur einen geben. Oha. Was kommt denn? Oh nein. Guck mal, das ist zu geil. Diese Bläschen zu abknallen. Das sind doch Bläschen. Nein. Oha. Heilung. Oh. Hey, so krass. Wenn man stirbt, alles nochmal. Geh weg. Ja, nicht sterben. Wie viel Heilung habe ich überhaupt? Sammelt er. Wie heißt er? Kleine. Ich nenne ihn Robocop. Ja, Robocop ist gut. Ja. Robi. Robo. Robo. Robo ist gut. Oha. Robo ist gut. Ja, gefällt mir. Es passt zu ihm. Okay, Robo. Oha. Wenn es ernst wird, sage ich Robocop. Wenn es nicht ernst ist, Robo. Ja, ist gut. Wenn ich böse bin, Robocop. Wenn ich gut gelaunt bin, Robi. Oder Robo. Okay. Robo. Alter. Robo. Robo. Alter. Robo. Robi. Heil mich. Oha. Was ist das? Wieso heilt er nicht? Er hat mich aufgegeben, Leute. Ich glaube, ich muss mehr aufpassen. Wo aufpassen? Jetzt. Hey. Nein. Okay, warte. Oha. Oh mein Gott. Wir haben kein Leben mehr. Nein. Lüg nicht. Echt? Alles aufgebraucht. Scheiße. Hallo Banner. Hallo. Hallo. Willkommen. Sie heißt 2B. Was ist das denn? 2B. 2B oder was? I surveyed the entire factory, but couldn't find anything resembling our target. Maybe they, I don't know, moved it somewhere? 2B. Ich heiße 2B. Oha. Wer hat mir den Namen gegeben? Guck mal. Voll blöd. Wir haben... Aha. Ich habe Waffenvertrag. Interessant. Ja, ich muss ihn benutzen. Kredit... Ich bin noch am Abbezahlen. Oh mein Gott. Wenn wir sterben, was ist dann? Geschissen haben wir dann. Ey, nein. Ich habe fast kein Leben mehr. Und dann alles nochmal. Jetzt lügt nicht. Jetzt lügt nicht. Niemals. Wo also mal? Ja. Es kann nur reingehen. Fügen. Oha. Die Grafik ist schon... Brutal. Ne, ich finde es gut. Ja, mir gefällt das schon. Bis jetzt. Ich hoffe euch auch. Ja. Gefällt es euch? Gut. Es muss euch gefallen. Weil wir müssen das Spiel durchspielen. Okay. Wow. Meine Waffen. Gucken mal. Umiko. Drei Meter groß. Und ich bin zwei Meter. Hof. Okay. Was ist das? Na jetzt dieses Rollenspieler-Feeling. Ich will da rüberspringen jetzt. Was ist, wenn ich sterbe? Nein, nein. Ich lasse. Ich lasse das. Muss man da auch alles absuchen? Wie bei Skurim. Oder muss man da nicht alles absuchen? Was ist das? Eisenerz. Marmor, Stein und Eisenerz. Wo Marmor, wo? Beton überall. Kristall. Oho. Mein Name ist Tobi. Aber alle nennen mich Bibi. Warte mal. Wie ging das nochmal? Mein Name ist Marlon Blue. Aber alle nennen mich Bauer. Oder so, ne? Nein, Marlon Brando. Nein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Von Forrest Gump. Ne, egal. Nicht so schlimm. Komm ich da hoch? Nein. Such nicht. Mein Sohn. Da musst du nicht suchen. Äh, meine Tochter. Kleine Erholung erhalten. Oho. Guck mal. Bosskampf. Hof. Guck mal. Telefon. Guck mal. Das ist zu geil, oder? Zu cool. Die Welt gehört mir. Was? Oh, scheiße. Ich habe ja kaum Heilung. Das wird interessant jetzt, dieser Kampf. Ei. Oha. Ei. Oha. Wie viel Schaden. Gelogen. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich da rüber springen? Nein. Was ist das denn? Okay. GG. Lahn. Wieso haltet er mich nicht? Robocop. Was ist passiert? Verräter. Die Jor... Die Jorha wurden ausgelöscht. Und so wurde die Erde zu einem Paradies für Maschinen. Was ist das jetzt? Siehste... Oh, meine Zunge. System wird überprüft. Lebenszeichen blau. Mach weiter. Wo? Jetzt 15 Minuten. Bitte alle beten. Was ist das? Was ist das? Alles von vorne? Was? Alles, was lebt, ist designed to enden. Wieso? We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle. And wonder if we'll ever have the chance to kill him. Was? Wieso? Aber wie soll ich denn töten? All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Von Nase kommt. Von Nase. Oh nein. Are you kidding me? Von Nase muss kommen. Jedes Spiel. Habe ich die Sache wenigstens? Schade Mutter. Mach, mach, mach. Was ist das? Oh. Ja, Auto. Wann kann man, ab wann kann man speichern? Wie soll ich denn töten? Ja, von Nase ist gekommen. Oh nein, Leute, das ist so behindert. Ich habe das aber nicht gewusst. Ich dachte. Wie soll ich denn nicht sterben? Oh. Man muss ja voll konzentrieren. Dass mich niemand trifft. Ja, nicht. Und ich habe voll locker so. Weißt du, ich bin sehr lieb. Nein. Das stresst mich jetzt übel. Ohne Scheiß. Das stresst mich jetzt. Oh. Oh. Oh nein. Was machen wir jetzt? Bloß. Ja, Goliath. Wie soll ich den töten? Mach, mach. Kann man sich so überspringen? Das stresst mich jetzt. Oh mein Gott. Transformer. Ich hasse Transformer. Ja, liebe YouTube. Was soll ich tun? Leute, ich habe, ich habe ja nicht gewusst, dass das so ist. Arter, das stresst mich jetzt aber schon ein bisschen. Ja, mein Gott. Ja, mein Gott. Stimmt. Muss. Ja, Stimmt. Besser jetzt als mit einer Stunde und dann umsonst alles. Gelogen. Oh mein Gott, ich kotze gleich. Ist das normal? Na ja, die Musik ist so schön. Ich will sterben. Wenn jetzt. Wenn schon, denn schon. Jetzt. Oh. Ja, guck mal die Musik an. Genau. Todeslied. Ich komme zu dir, Gott. Oh. Na, so ein Scheiß, dass man alles nochmal machen muss. Robocop. Du hast mich geheilt. Oh. Oh. Kleine Erholung. Benutz nicht mehr. Hast du gesehen, wie teuer? Bis wir das finden. Benutz nicht. Benutz automatisch. Ai. Pass auf. Ai. Scheiße. Hey, nein. Das ist blöd jetzt, Leute. Echt. Ich habe gedacht. Wie. Wie. Ja, und wie soll ich den Goliath töten? Wie soll ich da? Soll ich fliegen da? Oder was? Sie macht so wenig Schaden. Wir müssen mal den Inventar anschauen. Kann doch nicht sein. Stufe 3. 2. Wo? 2. Wo? Ich bin sehr unglücklich. Lämmlich. Aber ich muss mich jetzt gucken. Ich muss gehen. Geh weg. Ich stelle über alle. Ach, was? Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre. Jetzt spielen wir voll. Jetzt spiele ich so, ob ich noch nie gespürt bin. Alter, ich gucke mich. Wieso machst du nichts? Oh, oh mein Gott. Oh. Oh. Okay, okay. Alles unter Kontrolle. Wir kommen weiter. Nochmal. Nochmal. Nochmal kommt so wenig Leben. Sickle. Okay. Ruhe, wir waren. Oha. Robocop benutzt nicht so viel. Die brauchen... Für Goliath. Aber wir müssen sparen. Okay.